Darfst du dodgen? Nein. Deswegen hatte ich auch gestern ein Remake mit einem Typen, der jedes Game einfach nur Remaken geht. So, und ich wusste, dass der Typ das machen wird, aber ich durfte das nicht dodgen. Alter, der macht das die ganze Zeit. Das ist ein Bot wahrscheinlich sogar. Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Vielleicht will er die ranken oder so. Aber I mean, es verschwendet einfach die ganze Zeit die Zeit von den Leuten. Ich weiß gar nicht, warum wir für Topside spielen. Äh, für Topside. Wir sollten für Topside spielen. Alter, das war terrible leider. Jetzt haben wir alle drei Lanes losing leider. Hm. So close. Ah, der steht noch an der Minions. No. Naja, ist okay. Ist trotzdem ein 2 für 1. Das ist für mich insane. Also super ahead gegenüber. Also, nicht nur super, wir sind ultra ahead gegenüber Akali. Äh. Dinger. Mann. Aber warum denn disengagen? I mean, what the fuck? I mean, what the fuck? I will not halt. You will stay where I want you to stay. My life has been slain. My train granted me this. It's gone. Oh. Aber du kannst dich doch nicht einfach killen. Hä? Das hätte doch in keiner Welt funktioniert. Bitte chill. Mann, ich hasse das, wenn ich sowas tue. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es. Ich hasse es. Ah, ich bin, ich bin gerade so tötet. Okay. Mann, ey. No. Ach, fucking no, ey. Mann, ey. Als ob keiner von denen die killt. Er will sich gerade jedes einzelne Kämpfe nehmen. Jony, du fucking Drecks-Scheiß-Katze. Aber wir kennen alle, ja. Wenn wir das richtig machen. Also, ich bin jetzt um. Let me in midw. Ich habe mitbetter guns. Look at my big guns. If I hit, I will have better guns. Ich hab mitbetter. Ich bin ich hier. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ah, ich reg' die schon raus, wunderschön, fetter dodge, kein Mist, ja ich mein, die läuft halt irgendwie 10 Sekunden lang nach oben. Oh, wait, der verbruhltet. Wir verlieren. Nicht, verlieren wir da nicht? Oh, 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 oh. Nice! Gut auch, Team. Let's go, noch ein Win! EG, I win, you fucked me hard. Ich hab eh ehrlich gesagt, ne? Es gibt keine Beweise dafür, Leute, es gibt keine Beweise. Level 6 Liste, juhu! Und jetzt ist Algorin, hahaha. Hat der gerade Cadreal? Oh, der hat gerade gegen Cadreal verloren. Oh, shit. Die tauschen doch eh zu 100 Prozent, wenn wir sehen. Was ist das? Oh, sorry. Fuck this guy. Das Ding ist, die Gegner sind aber, glaub' ich, auch ziemlich beschädigt davon. Die haben ja, die schauen ja auch alle den Stream. Oh, mein Herz, ey. That fucking hurt! Same, let's x9 Draven. Alter, mein Herz. Es ist legit immer noch am Pochen. Ähm. Man, ey. Ich bin voll topside. Fuck this Draven. Ich meine, wir wissen alle, wo ich bin. Also, es macht gar keinen Sinn. Also, wir gehen einfach voll clean basen, ey. Macht eh keinen Sinn. Ist denn gegen ein? Das facilitate, wenn ich nicht umbukte, was er ist ein Lebensmodell? Schuss auf den Weg. Ich bin bloß. Und dann selber schauen. Und dann vielleicht, wenn ich bin. Ich bin bloß. 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 Ja, bin Milo. Ich bin bloß. Ich bin ehrlich, Leute, ich dachte, die Yumi, die ausgestiegen ist, ich dachte kurz, das wäre die Evelyn und die, ich dachte, ich werde gewonnen und dann ist die mir nicht ausgestiegen. Das ist irgendwie so gut, das hat einfach Schiss. Den Sao, Lee und Lilia wurden alle drei gewonnen, ja. Shit tatsächlich noch am Reddorf, nice one, ey. It's really a dravendorm of it in killgird, Alter, what the fuck. No, 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 Yumi, nein, 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 oh, danke schön. Tigree der Raven war jetzt, Leute. Ich hasse Leute, wenn Leute mich trauen mit diesem Kreischen, weil, ich mein, ich persönlich kann das abhaben, aber ich hab so viele, also wenn man so viel zuschaut, dann ist das halt, du weißt halt nicht, ob da jetzt irgendjemand einen Hörschaden hat oder so. Was ist denn das Ding? Ich dachte, das ist ein Screenshot. Hm. Ich hätte noch mal reingehen können mit der E. No, what did I do? Oh, von deinem Wildmuker haben eh die meisten Schaden. Oh, Schaden. Ich gehe mal das hier. I mean, true. Also true. Eeeh. Eeeh. Oh, oh, schade. Fast geangt. Ich bin actually tot, ne? Ich bin tot. Ich habe, ich muss Freer all in. Genau, ohm. Okay, ich würde es gehen. One more time. Ich bin ja, ohm. Jesus Christ. Oh. Yeah. Alright, war irgendwie so ein sehr sehr komisches Game. Wollen wir mal den jetzt? Ich würde vielleicht mal die Jänner holen sollen, f**k. Arrestment? Offensive language? Passt dran. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.